Und das ist Dumbstep Aber ich weiß nicht, ob es etwas bringt oder es bringt wahrscheinlich eher weniger, weil die Feuerrad immer noch gleich bleibt, deswegen gleich bei meiner kleinen Pussy Ja, aber ich meine, wenn die Shotgun in sich mit einmal Shotgun schon fast alles one-hitted, ja Ja, das stimmt Denk da mal drüber nach Oh ja, also ähm So, ich hole das dritte Teil kurz Genau So, kommt, bleibt Okay, dann gehen wir mal zu unserer, ähm Ihr wollt grad zu unserer Fensterbank zurück, gehen wir mal zu unserer Fensterbank zurück und guckt mal raus, wie's Wetter ist, ne Oh mein Gott, ich nehm mal Die kommen jetzt aber gleich oben raus Ja, deswegen camp ich da schon mal mit meiner Shotgun Pass auf, dass keine Explosionsviecher kommt Ich würde als kann eine Granate reinwerfen Ja, so eine Granate wäre echt nicht schlecht Drück mal, drück mal, geh Nö Na dann, ich geh mal zur Bank Ja Ich geb dir an der Bank Rückendeckung Ah, nice Alter Man hat keine Ahnung, wo die Viecher herkommen könnten Kopf ab Hahaha Voll in die Fresse Ne, ich will's aufsehen Komm her, Bubbele Zeig dich Zeig dich Zeig dich Trau dich doch, komm Komm schon Ich klappe eben nach Gut, wir haben das Teil, dann lass uns auch mal, lass uns, lass uns zum Aufzug gehen, komm auf Jo Jo Go rein Meine zweite Waffe, die lädt so schnell nach, jetzt eine meine erste Waffe Okay So, dann fügen wir das Ding mal ein, ne Hey, das hat funktioniert Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen Moment, ich versuche es zu starten Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr Moment Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein Ich sende ihnen die Koordinaten Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle, danach können wir einen Neustart probieren So, ich genieße auch mal den Timer einstellen, das vergesse ich immer Ähm, also müssen wir jetzt in die obere Etage, ne Jo B Alles klar Was ist die richtige Richtung? Äh, nope Andere Richtung Also Alle guten Dinge sind zwei Doing Dusch, dusch Dusch Duck Wieкам Aber er verbringt Wir kommen Höre Können исслед Fisch echt daneben habe ich schon wirklich so die war gerade schon mal ja aber der dinger zeigt in die richtung oh mein gott hinter dir ist wieder raus oder wohin ich muss unbedingt in die shotgun feuerrate reinhauen damit die schneller schießt du musst immer vorstellen du hast die shotgun durch zwei shotguns mit sechs durch die zwei shotguns mit der mit jeweils 16 schuss mit feuerrate folgen jenseits von gut und böse das ist richtig krass wahrscheinlich keine reichweite ja aber muss ich mal vorstellen dass 16 schuss und jeder einschuss tötet oder zwei schuss weiß wir müssen nicht da wo du warst war richtig glaube ich zumindest ne war doch irgendwie falsch da ja hat das gesehen alter ich bin halt einfach weggepatcht und nochmal läuft alter wie es ja wenn die schaut wenn die auf wenn ihr auf die zu simon jetzt habe ich ihn jetzt habe ich dann den richtigen namen verraten oh mein gott mal Dramatik eigentlich heißt nicht genau er ist er nennt sich auch gerne Hausolf ja ich dachte du warst drin weil du warst gerade drinnen reingelaufen bin dann ich finde mir rausgelaufen echt jetzt nein nie nein nein gar nicht wir tanken boing warst du auch? ja so freundlich immer ach Moment so was wenn wir die kraftstoffdüse anbringen alles klar erst mal müssen wir looten erst mal looten upgrade platine oh mein inventar ist voll feuerrat im schaden nice mein inventar ist voll entfernen ja entfernen so und wo ist die jetzt? ist die jetzt irgendwie weg oder so? jetzt habe ich die platine nicht im inventar aber die na geht gar nicht jetzt habe ich die nicht na scheiße müsstest du eigentlich die verschwindet eigentlich nicht ne mein inventar ist voll und es ist ja nicht mehr da wo bist denn du? da bist du nur eine Verbindung benötigt alles klar und es geht wie? ähm ja hier im Moment kann ich jetzt was äh machen wir hier an dem Schalter was hinter mir ja hinter dir also was hast du von der range mit dem teil? scheiße badaboom okay warte vielleicht müssen wir jetzt wieder hier habt ihr gefunden die kraftstoffdüse lösen alles klar so und jetzt nehmen wir die äh haben wir das und wie sind mir diese Axtzombies lieber als diese ähm hässlichen anderen Viecher okay der Tank ist voll versuch's nochmal schon besser okay ich versuche den Shuttle-Anstieg testweise zu finden geh in Deckung es könnte heiß werden yay gib mir alles Baby typisch schweib das machen wir wie? äh laut den müssen wir den Aufzug benutzen kipp clear ach soo ah wir müssen da durch okay wir müssen das abpassen haha alter wie sie halt einfach zerbröselt durch die Hitze komm oh schon wieder das unbesiegbare Viech dessen lauft ich bin ja ich bin die Leiter bitte die Startkammer vollständig räumeln bitte die Startkammer vollständig räumeln okay komm beginne mit Systemcheck auch schon wieder Inventar voll ich hab die Krise oh ich hau jetzt mal Fett wird irgendwas los ja hinfahren plus eins Schaden plus eins Clip nice ähm sind wir hier richtig tatsächlich also bist du bereit? kann die Platine immer nur eine aufheben kann das sein? ist mir grad ist mir grad eh relativ wurscht war ich hier eigentlich sag's dir ganz ehrlich wir müssen nach irgendwie wir sind falsch wir müssen wieder in den wir müssen da wieder rein ach scheiße ja ich hab Medikit nehmen können wir müssen da rüber wo? müssen wir wieder hoch oder was? ne guck mal auf B ja ich weiß hab ich geguckt aber da gab ging's nicht weiter wir müssen raus B sagt nach unten also geh mal nach unten wurscht du jetzt grad ja ich bin komm wieder runter ist das Viech tot? ne das regeneriert sich nach ner Zeit wieder ja stimmt komm ja pass auf das ist voll aus scheiß haben wir uns jetzt in die haben wir uns jetzt in die Wand gebackt ja doch hier ist ein Aufzug geil deswegen wir haben ja doch richtig komm aktivieren jawohl oh Gott wie ich soll gestellen Hass ja man alles physisch super toll ich klebe doch da komm ach komm wie du kommst da ist ausgerechnet Feuer raus jetzt komm 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 ja drück Medikit mit verriegelt verriegelt rufend du mach mal E das schleusentor klemmt wissen wir rüber müssen wir runter wir müssen die schatten 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 runter mal kurz war mal kurz moment nehmen wir kommen stopp raus 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 die wir müssen wieder runter kommen hinter dir runter wir müssen runter wir müssen runter hast du noch stase packungen ja scheiße ne doch eine noch komm ach komm ich habe keine medikits mehr ich bin tot ach scheiße ja holy moly was ist denn das für eine mission ne richtig nervige mission die schätze ich ok also du musst auch immer drück mal du selber auch mal ab und zu b ja mach ich doch so wir müssen jetzt hier entlang also zack wir gehen jetzt hier entlang auf zugrunde genau so dann müssen wir hier entlang erst mal die brennende zombies weg oder nein erst mal komm ach komm ach komm mob mich halt du drecksviech ja gleich nochmal ach komm ich wollte es nicht aber die abstände wie das feuer rauskommt sind doch so hässlich kurz ja also gleich nochmal auf gehts also dann killen wir jetzt erstmal die zombies also dann killen wir jetzt erstmal die zombies so da kommt gleich ein zombie auch noch runter ok und laufen alles klar b ok die leiter runter ok ich bin weg ok ich folge dir alles klar ähm jetzt ja jetzt mach deine mentale bevor du die platine rausholst ja warte mal kurz alles klar ok habe ich naja ich hab sie jetzt auch ok 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 bereit hier liegt ne upgrade plötzlich so ein schaden einklip sehr schön bist du bereit ich bin grad die leitung ja ich bin bereit dann geben wir die tüte raus ok aufzug kommt aufzug ist da ok durchladen jawoll stase habe ich nachgefüllt ok von hier aus wie gehts jetzt weiter alles klar gut wo sich auch das da ist die wieder rauskommt ist ja echt nervig mit hoch ruf den aufzug her geht nicht moment und jetzt ruf ich ich rufe mhm 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 ok aufzug ist da den antrieb an so kommen hier rauf ja bin da runter ok Alles klar So, okay, und jetzt? Pass auf, dein Weg nach unten ist wieder Feuer Ja, genau Okay, und jetzt? Äh, hier lang Mhm Okay Mhm Bereit, go In Bearbeitung Und Zack Oh Gott Das war eine harte Geburt Ja, aber war gut, wir haben uns total Die blockierten Zahnräder lösen Ähm, hier sieht's doch nach Oh yeah, Baby Ja, geil Die hätte ich gerne mal ein bisschen öfters mal die Knarre hier So weißt du nix So weißt du nix Oh Gott Der finale Countdown hat begonnen Isaac Ich bin voll stark Das scheiß Teil hat sich im Antrieb verkeilt Okay Okay, was sieht's jetzt aus? Bereit, ich hoffe, irgendwas Ja, 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 irgendwie sowas Ja, geradeaus, da wurde ich's vorschlagen, guck mal B Ähm, ja, ja Fortschritt wird gespeichert Wir müssen nur aufpassen wegen den Minen, die hier noch ab und zu rumfliegen Zurück y Ja, weil das, das, das ist ja okay 20 Meter Ja, wahrscheinlich geradeaus einfach vor uns Wow Das war gerade echt krasse Action hier Ja Das ist schon wieder ein richtig krasser, ein krasses Gegenteil Jetzt gerade richtig alles laut und jetzt so ruhig und so die Leere des Raumes und so weiter Ja Richtig, richtig krass Aber schön gemacht Ja Richtig, ich muss mal einfach sagen, auch mal schön umgucken Guck, wow Guck dir, guck dich mal oben Wow, der Planet unter uns Richtig, geil Geil Ja, Freunde, mit dieser Aussicht, mit dieser wunderschönen Aussicht verabschieden wir uns von euch Und wünschen euch noch eine wunderschöne Zeit Wir sehen uns gleich wieder, bis dahin, ciao, ciao Ciao